Elfies Das sieht komisch aus. Ich muss hier diese komischen Viecher hier haben. Entschuldigung, Alter. Halt mich gerade mal. Es ist ein bisschen laut entfangen. Räumchen fällen. Endlich mal wieder ein bisschen zocken. So. Einen muss ich noch. Erstmal suchen. Da hinten. Und weg nämlich 10% schneller. Besser macht das weg. Gibt mir die 10% da sind sie. Und dann bei... Brauche ich mir das nochmal rein? Oh, war hier. Ey, das ist ja gar nicht. Boah, das ist kein Hirschbülle. Das ist Hirsch. Äh. Da kommt noch. Warte doch. Oh, ist sie lange noch heiß, bis sie an den Hirschbüller auftaucht. Ehe noch auf 100% drehen. Ehe noch auf 100% drehen. Los rum. KHHHHH evident. Der Spöler bist du. Untertitelung des ZDF, 2020 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 erledigt ich würde doch ganz gut rufen wir machen ja ganz hinlaufen Oh ok, das hast du, ne? Wie ist das? Aber das Spielbruch geht das auch in ganz geilen Lesen. Ich habe nicht so viel wie ein Stream. Hm. Glück gehabt, ist das nur das Vorschaufenster. Die Axt will auspacken. Muss die Axt auch noch ein bisschen skillen, wenn ich später später in PvP was reißen will damit. Lalalalaad. Hier darf ich. Ringabring-Zeiten. Immer ein bisschen mit der Axt. Moin. Alter, darf ich auch mal zuschlagen jetzt? Du wirst nur gestunt von denen. Ich glaube unrealistisch. Bleib ganz ganz leise. Töte 100 Kaninchen eintragen. Das macht mich auf jeden Fall nicht zum besseren Menschen, wenn ich ein Granitchen getötet habe. Was machen die Dinger eigentlich? Ich fahre halt eine unaufahme Kugel ab. Aber wir werden es mal ausprobieren, weißt du? In-Skill und In-Skill. Ich weiß, die werden jetzt zwar gleich kein Damage machen. Aber das ausprobieren ist das bestimmt immer ganz cool. So. 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 ich glaube schon immer jede Menge Erntage Oh, dass hier keine Gegner sind. Da ist ein Gegner. Oh, das ist ein Gegner. Das reicht noch, wir haben noch gar nicht Das trifft 2 mal, aber das ist eigentlich gar nicht so scheiße Ja gut, genug wir sehen davon, da ist jetzt erstmal ein... ...Gut haben, ne? ...Gut haben wir noch einen Kudon Ich denke, es ist einfach nur ein Kudon Ok, die AG muss ich jetzt gar nicht machen. Ich muss jetzt mal zu der Stadt jetzt. Ich muss jetzt wieder Heiltränke herstellen. Geht so nicht. Oh! Danke. Danke. der zoom blüte so wo ist er offiziell eingehen Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Okay. Warum war der gerade auch so ein bisschen verarscht? Ich habe die Zeit mit mir ein bisschen hoch von der Waffe. Das ist nicht. Das geht es hier teilweise, ob ich eher schnell dort Erschläger machen würde. Keine Ahnung. Ich bin ja ein bisschen auf beides gerade. Federmausplätze. Hey komm! Aber das gefällt mir. Leichte Angriffe und dann den 1 Gl. Mach zu wenig schnell rein. ja man, geh doch drauf Marco, du so Wolfsgrölle normalerweise zieht er sich dann immer ran Ron hat ein Eiskarnidchen wie schnell das ist man kann direkt nach dem schweren Angriff sofort den Skill machen und dann zieht er ihn auch sofort durch das ist im PvP sehr sinnvoll wenn nur noch mal schnell wenn man finishen willst du siehst ok der wenig HP schnell ranrollen leichten also so ranrollen leichten Angriff und dann ist es gelöst oh das ist eigentlich der ist gelöst deswegen geht es zu schnell ok oh das ist der Ansturm ist hier ist er hier doch ein guter Springskill eigentlich ne wenn man ein bisschen schneller laufen will wo wir den Skill einsetzen das ganze Lord jetzt ist er nicht mehr im PvP-Monus enttäuschend ist der Typ trotzdem ich hab ihn fertig gemacht ich hab ihn fertig gemacht 45 eine graue Hose du bist du denn neuer Stufengelohnung oder dritter Taschen Slot und 8 die gönne ich mir auch erstmal warum ist das Urteil gegangen war doch schon mal 900 was ist passiert das ist auch noch gegangen was ist das ich hab ihn auch nicht sehr genervt vielleicht auch nicht sehr genervt ähh da kann ich nicht abholen Gott sei Dank ich bin noch nicht so voll ich bin noch nicht so voll ich bin noch nicht so voll das hier ne das hier ne gucken wir mal kurz effektionstechnisch was habe hier ich hier erstmal ein bisschen weiter auch wenn das ein Low Level Bereich ist für mich dieses Geschäft mit Bram und Luca ist unglücklich gelaufen Elitisch habe ich hier aber auch was kriege ich hier denn nicht hin Ok eine kleine Rundreise ich habe hier sogar noch andere Quests offen Tatsächlich gehe ich dann zuerst hier hin Tatsächlich gehe ich dann zuerst hier hin Sehe ich aber nicht Ok auf die Level wie weit ist es auf die Level wie weit ist es Ich gehe ja auch nur auf Level 20 Brie Rechtszeitig PvP ready bin hier Entschuldigung Und auch nicht Die Lange Lauf Ich lege es mal auf die Level die Lange Lauf Auf die Level schlafen auf die Level Auf die Level Wild berät. IT-Revent-Trobs sind noch sehr cool. und du bist jetzt zehn prozent schneller jetzt wenn du auf wenigen läufst aber irgendwie vielleicht ist immer noch arsch langsam wo ist das kommt ich will fashion wieder bekommen könnte den wieder nehmen ich lebe den Bock auf das hier Wie sieht das so cool aus? Was ist das? 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 vorbei. Musik ist teilweise echt cool. Wie mehr Bäume fährt, ich bin da aus Level 80, ey. Oh, das ist mega lange bis das levelt, ey. Oh, das ist mega. 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 Da gehen wir ja nicht hin. Ja. Ich muss mich noch mal ausweichen, ey. Jetzt warte ich bis der Dings 4 da ist, dann hau ich ihn nochmal. Oder vielleicht rinne ich da ja noch einen. Da ist einer mit Schild. Könnte der sein. Zwei mit Schild, ey. Ja, lass mich da ausweichen, man. Ja. Ja. Manchmal ist das echt Bullshit. Das geht mir hin. Das geht mir hin. Oh, das geht mir hin. Oh, das geht mir hin. Wie das so was würde ich machen. Ich muss immer halt damit nur, äh, bitte schauern. Das. Das. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Alter, das sind ja viele Bäume. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist ja so, ein bisschen schneller zu leveln. Ich muss ja eigentlich nur noch 19 level machen. Das war's. 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 Mit dem Haroldil descub글. Ich weiß schon was man macht Oh, okay. ja der liegt auf der Höhle, den kann ich ja nicht abgraben und ich kann helfen, warum stummt vielleicht auf, wie gehts dann ahah, wird Intelliland Untertitelung des ZDF, 2020 Was noch cool wäre, PvP-Turniere, wo du halt sowas gewinnen kannst. Mach ich was mal. Und jetzt gibt es noch neue Waffen-Skins, ne? Sag mal, mit dem Skin, den ich momentan drin habe, ist besser eigentlich. Oh, sieht gut aus. Mit dem Bogen und... Das ist wahrscheinlich nur mal schwer, ne? Mit dem Bogen und Dings spielen will. Und Speer? Gibt es hier einen Speer-Skin? Das ist ein Speer-Skin. Schaut doch cool aus. Naja. Wissen-Skins? Wer denn neue? Aha. Die Maske nicht so schwul wäre, würde das echt ein guter Assassin-Skin sein. Ach, die Helme, ne? Die sind echt Katastrophe teilweise. Okay, der ist irgendwie cool, der Helm. Okay, das habe ich ja. Der Wikinger-Skill hier, äh, Skin. Auch eher so Wikinger, ne? Guckst. Aber was Wikinger-Skin ist, ist... Naja, gut, äh, will ich eigentlich... Eigentlich wollte ich erst mal weiter Waffen machen. Auf Level 100 machen. Beispielsweise gleich, mal kurz was Snacks holen. Kleine Schoko-Kuchen, jetzt habe ich. Warum habe ich mein Handy eigentlich nicht? Natürlich auch noch mal. Dafür will ich mir Kessel auf Hause. Aber vere leid, Leute. Wie's 조금 passiert jetzt? Beide. Wie ist klein? Vielen Dank.